... ... ... ... ... Ihr wisst ja in Gampel ist einiges los Da geht man mit vor Freitag ist immer früh da und meistens passiert ein um euch ein fertiger Cabis das ist ja nicht selten und darum jetzt kurz und komplex eine Geschichte von Musik von Festo und Gampel ist gut Jedes Jahr aufs Neue will Niena verstehen dir so häufig wie hier Drum geben wir euch jedes Jahr Gampel ist gut Das Geschichte von Dani Der Dani und Gini heit Fällig kassiert im Abo im Sofia da isch es bitz schwierig im Zeltplatz er sachschi zweig gehend nur blöd dasch nie zu dient und alle is es fast zwei Stunden anstehen fürs Duschen das gibt's auch die Michelle het mitgemacht trotz Braten und der Pirat nach dem Duschen isch i wie der Schicks geid milder im Gatsch und het gewartet fer Gampel isch güt jedes Jahr aufs Neue ab will Niena isch so güt ist stimmig wie hier drum geber ein jedes Jahr Gampel isch güt die Geschichte von der Mähli Was das Mähli het geschlafen isch plötzli erwacht es regnut aufs Zelt und das mitsch inner Fiestri jetz het wärli irgende so entpiffel gib eicht eros zelt sie es der ein oder d'andre het sicher scho mal es gespane ins Zelt das isch kein Skand die Navier wer weisst misch man selbst nimmer nah weilsch alle vier nächte lang ein andre hat Gampel isch güt Jedes Jahr aufs Neue ab Weil Niena spielt so gute Musik wie hier drum geber ein jetzt noch die Geschichte von hier ein hier liebe Freunde wie kanns anders sein wirds lustig wir hoffen ein ihr seid der Freitag schon da 13.30 gehts grad los der rocke wird white stage ja das wird fahr und das ist drum kommet und machet flott mit mir gefreben euch drauf bis bald wir sind vibes ihr mit am zu und ihr 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 ihr